Hallo und Willkommen in diesem Video. Ich möchte in diesem Video einladen zum National Achievers Kongress 2012 in Nürnberg und ich möchte Ihnen kostenlose Karten schenken. Eure mal der Reihe nach, worum geht es. Worum geht es, was? Es geht um den National Achievers Kongress 2012 in Nürnberg, den NAC. Hauptsprecher ist Robert Kiyosaki, der Bestsellerautor. Sie kennen ihn sicherlich von Witch Dad, Poor Dad. Seine Frau wird da sein, viele, viele andere Sprecher und ich wurde eingeladen, dort aufzusprechen, was natürlich eine sehr, sehr große Ehre ist. Wechselthema, wann? Vom 21.09. bis zum 23.09. ist der Kongress. Sicherlich reicht es auch, wenn Sie nur Samstag und Sonntag kommen, wenn Sie den Freitag nicht können. Wo findet das Ganze statt? Es findet statt in Nürnberg, in der Messe Nürnberg. Und natürlich die Hauptfrage, warum sollten Sie kommen? Gut, zum einen habe ich natürlich kostenlose Tickets für Sie, Sie zahlen also überhaupt nichts. Insofern ist sicherlich der Aufwand, der finanzielle Aufwand überschaubar. Warum sollten Sie kommen? Sie sollten kommen, weil es um Ihre finanzielle Bildung geht. Und finanzielle Bildung ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit das wichtigste Thema überhaupt. Alle sprechen von der großen, großen Krise, in der wir seit Jahren sind. Aber was ändern wir konkret an unserem Verhalten auf Basis oder aufgrund dieser Krise? Und hier haben Sie Experten, die genau diese Themen beherrschen, die sich auskennen, die wissen, wie sie investieren, wie sie sich absichern. Und Sie werden sehr, sehr viel lernen zum Thema Umgang mit Geld. Und wie gesagt, in der heutigen Zeit ist das wahrscheinlich das wichtigste Thema überhaupt. Und wir wissen alle, in der Schule lernen wir darüber relativ wenig. Also kommen Sie am 21. bis 23. nach Nürnberg zum NLC. Warum, denke ich, haben wir damit geklärt. Letzte Frage, wie? Ganz einfach, Sie bekommen kostenlose Tickets von mir, wenn Sie folgendes tun. Sie gehen auf die Domain richdad.de slash nac. richdad.de slash nac. Das scrollen Sie dann ganz weit runter. Und dann finden Sie das Bestellformular. Und dort können Sie links unten einen Aktionscode eingeben. Und dieser Aktionscode lautet Heiko, also wie mein Vorname und H, Heiko H. Und damit wird das Ticket, was normalerweise 97 Euro kostet, das Goldticket wird kostenlos. 0 Euro. Auch für mehrere Personen übrigens, wenn Sie wollen. Das Einzige, was Sie auf Wunsch bezahlen können, ist die Simultanübersetzung. Die kostet 100 Euro für drei Tage, also auch sehr, sehr günstig, wenn Sie das brauchen. Die meisten Sprecher sind englischsprachig, dann können Sie das dazu bestellen. Wenn Sie Interesse an VIP oder Diamant-Tickets haben, dann finden Sie unterhalb von diesem Video eine kurze Erläuterung, wie die Gutscheincodes für diese Tickets aussehen. Die Tickets bekommen Sie ermäßigt. Bei VIP sparen Sie, glaube ich, 50 Euro gegenüber dem Preis von, glaube ich, 200 Euro oder 300. Bei Diamant sparen Sie 300 Euro gegenüber dem Preis von knapp 1000 Euro. Also, wenn Sie mehr wollen, können Sie das auch natürlich bekommen und kriegen hier satte Rabatte. Aber, wie gesagt, wenn Sie kein Geld investieren wollen für das Event selber, dann Heiko H. Als Gutscheincode. Unten links als Aktionscode heißt es eingeben und der Preis von 97 Euro springt auf 0 Euro. Ich würde mich sehr, sehr freuen, Sie dort beim NSC zu treffen, begrüßen zu dürfen, vielleicht auch mal ein direktes Wort zu wechseln. Würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, Ihr Heiko Häusler.